Business. Reden wir darüber. Das Ziel ist ein Panzerwagen bei Parameter Trust in Dunwoody. Punkt 10 Uhr. Babys und aus der Tiefgarage in Longstate geht es los. Fragen? Ich hab ne Frage, Doc. Warum soll ich glauben, dass Kopfhörer da drüben irgendwas verstanden hat? Der hört ja nicht mal zu. Baby? Das Ziel ist ein Panzerwagen bei Parameter Trust in Dunwoody. Punkt 10 Uhr. Der zweite Fluchtwagen steht bereit, aber ich soll aus der Tiefgarage in Longstate mit nem Wagen starten, der nicht gleich heiß läuft. Um 8.30 Uhr geht's los. Fragen? Seit wir uns kennen, bist du bei jedem Job mein Fahrer gewesen. Du bist der Beste in diesem Geschäft. Ich brauch dich nochmal in deinem Lenkrad. Noch ein Job und das war's. Noch ein Job und wir sind quit. Hey Baby. Wieso hört er immer zur Musik? Der hatte einen Unfall, als er ein Kind war. Hat er psychische Probleme? Ich bin der mit dem psychischen Problem. Die Stelle ist schon weg. Wie heißt du? Baby. Dein Name ist Baby? B-A-B-Y Baby? In dem Geschäft, wenn man sich Gefühle einfängt, fängt man sich auch ne Kugel ein. Du bist mein Glücksbringer und ohne dich mache ich diesen Job nicht. Deine Freundin, die Kellnerin, sie ist süß. Sorg dafür, dass sie es bleibt. Ich muss nochmal fahren, aber das ist nicht das, was ich will. Und was willst du? Ich will hier raus. Bist du dabei? Bin dabei, Baby. In 24 Stunden haben wir die gesamte Stadt am Hals. Hast du was ausgeplaudert über uns? Quietscht mir den Reifen, statt uns zu verpfeifen. Wir hauen an. Ich muss das beenden. Was passiert hier, Baby? Das ist meine Oscar-Reife-Leistung. Drei! Drei! Schluss mit Songs, Baby. Eins! Raus aus dem Wagen! Oh, meine Handtasche! Tut mir leid, Ma'am. Was zum Töten?